Es gibt so einen Witz, das heißt, woran erkennt man einen Dissidenten? Er geht gerade über die Straße. Das heißt also, das Innenleben war wild und frei und äußerlich ging man also wie ein normaler Bürger über die Straße. Heraus aus den Machtverhältnissen. Machtmiss und Missbrauch sind ein und dasselbe. Macht ist überhaupt unbrauchbar. Es sei denn zum Selbstzweck, also Selbstbeherrschung. Ohnmacht als Entgegnung auf Administration, als Selbstbehauptung in Machtverhältnissen. Ist zwar noch ungebräuchlich, aber vergeblich! Ohnmacht! 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 Vielen Dank.